Die ACHEMA ist unsere wichtigste Messe. Für 2018 haben wir uns entschieden, einen neuen Stand machen zu lassen, weil doch unser altes Stand in die Jahre gekommen ist. Wir wollten ein bisschen auffrischen, auch für unsere Minimitscheine Verbesserungen hinzukriegen. Unsere Professionalität, die wir mit unseren Produkten tagtäglich bringen, auch auf unseren neuen Stand. Die Details, die uns sehr gut gefallen haben an der neuen Lösung, ist einerseits die Offenheit des Standes zu erhalten, gleichzeitig doch aber auch ein bisschen gefahrten Bereich zu schaffen und unsere Besprechungen halten können und auch die Visuals, also die Kernbotschaften, wurden unserer Meinung sehr gut dargestellt und umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit CM Creative war sehr gut. Wir waren sehr zufrieden, die Inputs wurden ernst genommen, es wurde speditiv gearbeitet und ja, das Resultat, denke ich, spricht für sich selbst. Das lohnt so viel. Auch unsere Zeit, sage ich mal, besser einzusetzen für die eigentliche Messe statt auf die Standgestaltung und das haben wir gemacht und wir planen jetzt weitere Kommunikation, Kommunikationsstrategie, allgemein unser Marketing ein bisschen zu überholen, aufzufrischen. Da wird es sicher weiter Projekte geben.